ARD Text im Auftrag von Funk 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 Was wendt ihr denn, was glaubt ihr, was hamnt ihr denn zum Saga? Was is sagen wir, i red am Ur, si ull i d'Frau ga? Was wendt ihr denn, wir redet ihr, die sich scho i perfekt? Was doch für als Kalle zählt, isch, dass ma sich versteht. Its ka i Hochdeutsch, Jugend, Gender und Englisch, ja, fast voll perfekte. Ma mua so wissen, dass so vieles immer in der Aussprach steckt. Doch s allerwichtigst isch, no immer, dass ma seht, was ma sich denkt. Sonst wer die ganze Lernerei von Anfang an verschenkt. Was wendt ihr denn, was glaubt ihr, was hamnt ihr denn zum Saga? Was is sagen wir, i red am Ur, si ull i d'Frau ga? Was wendt ihr denn, wir redet ihr, die sich scho i perfekt? Was doch für als alle zählt, isch, dass ma sich versteht. Wir seien die Brettelspitzen, bei uns gibts Satire, Kabarettwirtz, also wieder Couplet, Szenen, Sketche und vor allem uns alle miteinander aus der Brettelspitzenfamilie. Mehr gibts dort unten. ARD Text im Auftrag von Funk